Hallo und herzlich willkommen zurück bei Astroneer. Ich habe mir hier unter den Weg gegraben. Ich habe es ja angekündigt, dass ich mir hier unten mal eben schnell einen Weg grabe. Ja gut, da unten kommt man vielleicht nicht ganz komfortabel an, aber man wird zumindest dann gebremst. Na gut, ja. Ich wusste ja nicht, dass unten genau da ein Pfeiler ist. Machen wir den mal so ein Stückchen weg. Damit ich eine Batterie bauen kann, brauche ich definitiv noch mehr Schrott. Was ich jetzt gesehen habe, glaube ich, brauche ich mindestens sechs Schrott. Für Lithium brauche ich vier und Zink brauche ich, glaube ich, zwei, dass ich mir was bestellen kann, sozusagen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was wir hier so finden. Forschungen habe ich hier schon viele gesehen. Auch dreieckige Forschungsknubbel. Wie ist denn das? Auch ein Forschungsknubbel, oder? Wir kennen ja erst von hier. Wir bleiben lieber weg. Wir werden das andere. Wir werden das andere. Wir werden das andere. Wir werden das andere. Ich habe das andere. Ich habe das andere lane gefangen. Aber noch etwas, die wir noch nicht halten müssen. Das Ding hat keinerlei Verbindung mehr, er schwebt trotzdem noch hier, ok, soll mir recht sein, das ist mir weniger recht, immer lieber ein Stückchen auf die Seite, oh man, ja, Spuren könnte hier echt dauern. Kann es sein, dass ich hier dann sogar Bohrer brauche? Ja, das wirkt fast so. Egal, jetzt gehen wir mal zu den Rohstoffen da nach hinten. Da hätten wir Titan. Ich komme nicht rein mit dem Bohrer. Ich kann hier nicht bohren. Ok. Kann es sein, dass ich einen Bohrer brauche? Ich würde mal sagen, ja, brauchst du. Geht nur, was Oberjördisches. Ich komme nicht runter. Tatsache. Ok, dann müssen wir jetzt erst einmal einen Bohrer bauen und schauen. So, schauen wir mal rein. Nein, es gibt ja hier, ähm, Oh, Stärke 1. Wolfram, Kapit und Keramik. Wolfram, Kapit. Wolfram haben wir natürlich hier auch nicht. Das habe ich mir natürlich auch nicht mitgenommen. Das habe ich mir noch gar nicht gesehen, da oben. Schauen wir mal kurz nach. Wolfram, Kapit. Wolfram und Kohlenstoff. Was würde mich Wolfram kosten? Kriege ich gar nicht. Doch. Auch 3. Ich muss mal kurz nach oben. Oh, was ist denn das? Tun wir so offensichtlich nichts. Ammonium. Ethan. Okay. Äh, komm, komm da raus. Und dem. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Blatterit. Oh, oh. Wo ist es hin? Ach, da unten. Komm mal mit. Du gehst jetzt, ich würde sagen, du passt doch hier wunderbar hin. Okay, was haben wir noch? Wir haben einmal Laterit. Also Aluminium. Und einmal haben wir Titan. Okay. Das heißt, ich habe jetzt ein Lithium und Zink. Mist. Ich muss noch mal nach oben schauen, was da noch so ist. War ja nicht alles. Also die möchte ich diese Pflanze hier einmal auskramen. Ach, das ist nur eine normale Pflanze. Okay. Was ist da noch? Oh, ein Forschungsknödel. Okay. Juhu. Hier noch oben. Okay, ich glaube, mehr findet man jetzt in dem Prag leider nicht. aber es war schon interessant. Hä? Juhu. Ja gut, ich habe gelernt, unterirdisch komme ich jetzt erst mal nicht weiter. Das heißt, ich muss oberirdisch schauen, wie ich weiterkomme. drehen wir sie mal. Drehen wir sie mal. Komm mal mit. Na komm. drehen. Okay. Drehen wir das da her. So, verwenden. Einmal hier und drehen. Ich würde sagen, so zu weit. Ungefähr hierher. Immer zu weit. Noch. Sehr gut. Eine Verlängerung. Einmal hierher drehen. Eine Verlängerung. Hierher. Schauen wir mal, ob wir es überhaupt brauchen. Ah ja, wenn wir darüber müssen. Okay. Drehen. Hier rüber. Und das hier. Okay. Komm mal, stücke weiter. Nein. So. Okay. Schauen wir mal. Ganz langsam fühlt es sich, aber es fühlt sich. Reicht mega. Ich brauche mehr Strom. Wo hat denn der den Stromeinlass? Da. Das wird knapp. Das fühlen wir nicht hin. Zu dem da oben müssten wir allerdings hinkommen. Wo hat der den Eingang? Ach. Wald hat er es. Hier haben wir noch ein bisschen organisches. Das heißt, die können wir noch Verbindungen bauen. Ja, da gehen noch viele Verbindungen an sich aus. Oh ja. Also ein Gemisch, glaube ich, mag es an keiner Welt. So, nein. Ich nehme an, das hier müsste man ein bisschen so drehen. das hier auch. Und dann vielleicht brauchen wir doch noch eins. Okay. Weg da. Komm mit. Dreh dich mal. So. So. Warum sehe ich hier eigentlich keinen Balken? Achso, der will wieder Gesamtenergie. wir haben ja noch einen kleinen Trump. Klein, aber fein. Reicht das oder reicht es nicht? Äh, nö, weil der Rest jetzt ausgegangen ist. Haha. Können jetzt bitte mal alle gleichzeitig drehen? Alles? Alle? Meerwind. 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 Okay, ich habe jetzt genug Verbindungen mit. Die anderen lasse ich da. Nein, das lasse ich nicht. Da vielleicht muss ich unten graben. So, einmal da runter. Mal da runter. Oh, ah, 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 ah. Wir könnten doch einfach mal in diese Richtung schauen. Aber auch hier ist der Boden teilweise so. Okay, ich lasse dich noch mal kurz. Der Boden ist hier echt fast nur so, dass ich nicht kramen kann. Ah, was war das? Forschungsprobe, okay. Ein Verpacker, Feuerwerk, okay. Dankeschön. Komme ich da wieder raus, indem ich weggehe? Komme ich da raus. Ah, Sienna an, was hier ist. Ach Mist, der ist kaputt. Natürlich doof. Oh. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht graben. Oberflächen, irgendwas, werde ich vielleicht wegkriegen. Okay. Da ist wieder Forschung, okay. Da ist wieder wegkriegen. Ah. Ah! Ich kann es um aufbauen. Ja, gut. Es soll überall noch Titan sein, okay. Okay, also wir brauchen mehr Bohrstärker. Ich habe es gesehen, stört mich gerade nicht. Okay, da wird dann langsam die Reichweite zu groß. Ähm. Ähm. So, einmal Titan. Und das nächste Mal Titan nehmen wir einfach so mit. So, und jetzt rennen wir mal zurück. Seht mal da oben, Organisches. Ach, da habe ich es auch übersehen. Okay, da wäre es auch gewesen. Ich würde sagen, dann nehmen wir das einfach mal mit. Kommen wir uns darum, dass wir mehr Bohrstärke haben und kommen dann wieder zurück irgendwann. Dann sind wir halt nicht lange hier. Aber ich schaue, dass ich das Shuttle vollkriege mit Wolfram und Edelkraus. Ich bin ganz schön kreuz und quer gelaufen. Aber egal. Ich bin halt neugierig. Da hätte ich jetzt Angst, runterzufallen. Weil ich nicht weiß, ob ich mich irgendwo durchkramen könnte. So. Ein Verpacker, einmal Batterien, ein Feuerwerk und so. Dann schauen wir mal. Atmosphärenkondensator. Du holst mir jetzt noch... Argon. Was hast du hier? Wolfram Carbid mit Kohlenstoff. Das heißt, da bräuchte ich nur ein bisschen Organisches. Das können wir machen. Organisches bekomme ich ja von euch. Das ist gar kein Problem. Okay. Okay. So. Ich suche doch was mit Titan. Oh, Sprengpulver, okay. Eisen und Kohlenstoffe gibt Stahl. Titan und Graphen. Mit Stickstoff. Titanlegierung. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an, das Ganze hier mal. Okay, dann können wir noch hier. Keramik, Kohlenstoff, wir haben einiges, ja. Keiner kommt, fertig. Dankeschön. Mal Titan. So, was können wir jetzt mit Titan anstellen? Titan und Graphen. Gut, haben wir nicht. Wolfram und Kohlenstoff, Aluminium und Kupfer. Okay, brauche ich da irgendwo Titan für? Ich glaube nicht. Nicht da? Nein. Nein. Dann schauen wir mal, wo hätten wir jetzt Titan gebraucht? Wir brauchen es hier. Wolfram und Gummi. Wolfram und Titanlegierung. Okay, hier brauchen wir es. Titanlegierung. Das heißt, alleine Titan reicht mir gar nicht. Wir legen Titan einmal da rein. Ups. Und werden noch mehr Titan holen. Würde ich sagen. Das hier ist voll. Machen wir bitte weiter. Waschungskammer und so werden schön, aber muss nicht sein. Quink. Quink. Oh. Funktioniert eigentlich dann das? Wenn ich jetzt hier so... Blö. Schade. Ich habe mir gedacht, ich kann ihn dann vielleicht austricksen. Also gut, wir finden minimal Eisen hier. Viel Titan. Und zwar wirklich viel Titan. Aber mein Hurra ist zu schwach. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, ich glaube, das ist jetzt einmal genug Harz. Ja, wobei, dann könnte man die Plattformen bauen. Für die Dinge, die ich nachher brauche. So, ich gehe nach oben und baue mal Plattformen. Nein, nein, nein. Moment, ich muss da noch kurz da noch hinten. Kann die auch nicht abbauen. Haben es natürlich gut gemacht. Also so nach dem Motto, bis du zu dem Planeten kommst, solltest du eigentlich so weit sein. Na komm, wenigstens eins. Gib mir Aluminium. Er hat mir Aluminium gegeben. Nein, das war zu wenig weit. Sehr gut. Da wird noch ein bisschen kennzeichnet. Soll noch mehr sein. Ja, Edge Badge. Das ist in einer Position, wo ich nicht hinkomme. Aber das... Sehr gut. Guck mal hin. Guck mal hin. Ich habe, glaube ich, eh keinen Platz mehr. Ich sollte jetzt wirklich nach oben. Ich kann ja nachher nochmal her. Ähm... Wo ging es hier nach oben? 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 Bin ich da so weit gelaufen? Ah ja, da. Da habe ich vorhin nur die Abzweigung verpasst. Da. Geh nach oben. Geh nach oben. Und da rein. Dann... 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 Noch mehr. So, der eine ist voll. Sehr gut. So, du druckst mir... So kann ich die jetzt lernen. Dann... Ich habe ja gesehen... Da gibt es ja auch die Plattform... Sieh, die braucht allerdings drei Eisen. Okay. Mist. Dann ist sie natürlich quack. So viele Eisen habe ich nicht. Aber die wäre schon toll, oder? Ich kann man ihn nicht. Dann habe ich wieder mit dem Kuchen... So... Sieh, die sind nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. So... Okay. Machen wir erst mal eine Plattform. Und du? Brauchst du mir mal das? Ammonium und Ammonium, da war doch auch was, oder? Ach, da brauche ich Wasserstoff dazu, das habe ich hier nicht, okay. Okay. Eine Forschungskammer. So, und hier brauchst du mir, wenn wir wieder Strom haben. Sobald wir wieder Strom haben. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Jetzt. Na komm. Ich meine, ich weiß, das nimmt meine Verbindung weg, weil ich habe keinen Strom. Ups. So. Das nehme ich. Und baue ich am besten da irgendwo dran. So. Genau. Da war so ein weißer Knubbel, der kommt da jetzt drauf. Und das Ding kommt da mal mit. So, einmal bitte untersuchen, sind 8300 Dinger. Ist okay. So. Zwei kann man befüllen. Und da liegt einmal Titan, das ist, glaube ich, gerade daher. Kohlenstoff kommt daher. Stahl können wir einmal mitnehmen. Mitnehmen ist, glaube ich, hier. Genau. Machen wir bitte noch mal Argon. Keine Energie. Gut. So, ich bräuchte dann noch eine Erdzentrifuge. Aluminiumhammer. Wollten wir Strom haben, geht's wieder. Dankeschön. Da brauchen wir dann noch eine Plattform. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Harz. Da haben wir jetzt nur noch eins. Das ist zu wenig. Egal. Holen wir. Aber ich würde sagen, das machen wir. Nein, das mache ich jetzt zwischendurch. Ich hole auch noch ein bisschen Titan, so dass wir dann beim nächsten Mal starten können und das Titan heimbringen können. Also, ich sage euch Tschüss, Tschau Papa. Bis zum nächsten Mal.